Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Harz und Freunde. Letzte Episode bin ich mit dem Grauseluchtserster geworden. Wer das verpasst hat, kann da sehr, 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 sehr gerne reinschauen. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ach komm, nehmen wir mal den. Drei Wünsche. So, letzte Runde erster gewesen mit dem Grauseluchts, dem Good Old. Das hat zweimal richtig gut mit dem geklappt und zweimal gar nicht. Also der Trick mit dem Grauseluchts ist, du musst das halt auf deinem Partner ballern. Bereit den Himmel zu beherrschen? Hauptsächlich. Was habt ihr als nächstes vor? Ihr seid dran, Freund. Euer Plan geht auf. Was habt ihr als nächstes vor? Auch der mächtigste Drache beginnt als winziger Welpling. ? Bis zum nächsten Mal. Bereit, den Himmel zu beherrschen? Einen solchen Sieg muss man feiern. So easy. Könnte man schon fast überlegen, ne? Zwei Wünsche zu verballern. Nächsten Turn habe ich sieben Gold. Update plus im besten Fall einen von den beiden. Mal sehen. Ich kämpfe für das Abenteuer. Einen solchen Sieg muss man feiern. Machen Sieg? Sieg! Töne hier. Ich bin Baba- Ich bleibe, meine Oper. Ich bin Baba- Ich bin Baba- Sieg! Diesein- Sieg! 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 Wer ist? Ich habe ja irgendwie noch gehofft, dass der hier golden wird, aber egal. Das war natürlich schlecht. Entdeckt eine einfache Kopie eines anderen Dieners, von dem ihr genau eine Kopie habt. Das wäre dann der. Richtig? Oder wäre das eventuell der? Nein, das wäre der. Und wir machen den golden. Na, könnte auch sein, dass die Ziege das wird, aber... Bam. Ba-bam. Ba-bam. Die Ente meinte ich auch, hier die Ziege. Primats. Ja, jetzt gibt es hier die krasse Eskalation mit dem. Einen solchen Sieg muss... Ja. Ja. Einen solchen Sieg muss man feiern. Die Frage ist, wenn ich den verkaufe... Ich habe halt nur noch einen Wunsch. Eine gute Wahl. Ein paar neue Diener sind nie verkehrt. Da muss man weg, gleich. Wie ich immer sage, eine gute Strategie ist das A und O. Der kommt nur weg. Sehr schön, sehr, sehr schön. Macht zwar nicht so viel Sinn auf dem, aber egal. Viel mehr Sinn macht das auf den. Oder auf den, weil der golden ist. Eine großartige Ergänzung für euer Team. Eine gute Wahl. Wie ich immer sage, eine gute Strategie ist das A und O. EASY. EASY. Und er wurde ja schon genervt, ne? Nerf. EASY. 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 zu verkaufen sieht sehr gut aus also der steht grandios da dauerhaft hier leben wenn ein anderes befreundetes Wildtier Schaden erleidet sind halt 6 Wildtiere die machen beide jeweils 1 Bums drauf der letzte ist halt kein Wildtier ist ein bisschen doof einen solchen Sieg muss man feiern 1 Bums drauf Ich sag euch, wie es ist. Den behalte ich auf der Hand. Warum? Wenn ich den jetzt spiele, bringt er mir gar nichts. Zweimal eine einfache Kopie eines anderen Dieners, von dem ihr genau eine Kopie habt. Habe ich keinen. Oder eine einfache Kopie eines Dieners, von dem ihr nur einen habt. Vielleicht sind die beiden dann auch mit damit gemeint. Keine Ahnung. Entdeckt. Können wir mal ausprobieren, ne? Das funktioniert dann auch nicht zweimal. Weil sobald ich das einmal auf den mache, habe ich ihn ja nicht mehr einmal. Er regt viel Aufmerksamkeit. Ich bin ja zweimal. Verstehst du? Ich weiß nicht, wie sich das verhält. Er ist aber auch krass unterwegs, ey. 200 irgendwas Angriff, lol. 15 Max. Alter. Ja, das ist hart. Das ausprobieren. Da. Da. Siehst du, was ich meine? Mies. Mach ich nicht mehr. Brems. Habt ihr einen Plan? Kommandant? Mies. Er ist gefällig, Charlie. Oh. Euer Plan geht auf. Hopp 4. Einen solchen Sieg muss man feiern. Ja komm, hilft ja nix, ne? Ich könnte nochmal hier für den zweiten fischen. Ich könnte nochmal hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Ihr liegt vorne, Drachenstahl. Zu wenig Attack. 500 Leben, aber kein Attack. Der in der Mitte hätte noch fallen müssen. Mies. Schön, euch wiederzusehen. Kann ich euch etwas anbieten? Aha, der zweite und das hätten wir. Können wir die vielleicht weghauen? Eherwürdiger Diener. Ihr seid dran, Freund. Ja, es ist halt sehr schade, dass meine Wildtiere sehr viel leben, aber keinen Angriff haben. Dadurch kriege ich die nicht da. Hier, 800, 900 Angriff. That's it. Was ist so? Ja. 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 Das war's für heute. Ein All. das war abgefahren der drachentyp so ich hoffe euch hat es gefallen und in diesem sinne tschüss und bis zum nächsten mal